Was ist die vorbeugende Einnahme von Natrimpropionat zur Verhinderung von chronisch entzündlichen Erkrankungen? Die vorbeugende Einnahme von Natrimpropionat zur Verhinderung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen lässt sich gut begründen aus der Wirkungsweise der kurzfältigen Fettsäuren. Es gibt im Tiermodell entsprechende Studien, die dies auch sehr eindrucksvoll belegen, zum Beispiel für die Multiple Sklerose. Untertitelung des ZDF für funk, 2017